Herzlich willkommen zu Folge 7. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Konstanz. Ich performe heute meine Freestyle-Show mal in einem bisschen anderen Outfit als sonst. Ich bin wieder daheim. Jetzt haben wir halb zwei. Die Zeit ging jetzt richtig schnell rum und morgen um sieben, morgen früh geht es weiter. Da fahre ich nach Freiburg, da findet ein Fußballturnier statt und zwar werde ich mit MBK, mit meinem Sponsor an einem Fußballturnier teilnehmen und das findet im Nachwuchsleistungszentrum vom SC Freiburg statt. Da treten so verschiedene Sponsoren und Förderer vom SC Freiburg gegeneinander an. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Freiburg, freue mich schon auf das Fußballturnier und dass ich mit MBK am Start sein darf. Oh, im Finale geschnürzt sind die Witte. Das ist mir überwichtig. Ja, ja, ja. Oh, wichtig wieder. Das ist mir überwichtig. Grüße aus Freiburg. Wir haben in der Vorrunde zwei von drei Spielen gewinnen können, sind dann ins Achtelfinale. Da haben wir im Elfmeterschießen gewonnen, sind ins Viertelfinale und dann ins Halbfinale. Und dann sind wir leider ausgeschiedet, haben wir gerade das Spiel im Platz drei gemacht, leider verloren. War ein cooles Event hier, macht mega Spaß. Ich durfte ein paar Tricks zeigen heute hier in Freiburg. Jawoll. Ja, ein bisschen Highlights hier. Ja, hier, vom Weg, vom Weg, vom Weg Finale hier. Vom Weg. Das Finale hier. Das Finale. Die Kameras aus. Die Kameras aus. Nice, nice, nice. Jetzt bin ich wieder zurück aus Freiburg. Danke nochmal an MBK, dass ich dabei sein durfte bei dem tollen Turnier heute vom SC Freiburg. Jetzt packe ich meinen Koffer, nämlich morgen geht es nach Frankfurt, beziehungsweise nach Mainhauser bei Frankfurt. Und zwar steht dort eine Messe bei Sport 2000 an. Da darf ich für Hummel unterwegs sein, das findet morgen und am Montag statt, also zwei Tage. Die Tasche ist gepackt, ich habe das SC Freiburg Trikot schon an und ich mache ihn jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Treffe mich dort mit Hummel auf einer Messe und darf dann natürlich wieder die ein oder andere Show performen und meine Tricks zeigen. Grüße aus Mainhauser vom Sport 2000. Ich bin heute hier mit Hummel unterwegs und jetzt habe ich gerade einen David getroffen. Ist auch ein Fußball-Freestyler. Checkt mal seinen Kanal aus, er macht richtig coole Videos. Wir machen jetzt eine kleine Team-Kombo für euch. Viel Spaß. Ich bin heute hier mit Hummel. Ich bin heute hier mit Hummel. Ich bin heute hier mit Hummel. Die Messe in Mainhauser bei Sport2000 ist jetzt vorbei. Ich bin inzwischen wieder daheim angekommen. Im letzten Clip, da habt ihr der David gesehen und mich mit einer Teamcombo und natürlich zum Schluss noch den John. Er ist 12 und er hat gestern wirklich den ganzen Tag ganz viele verschiedene Tricks ausprobiert. Erstmal den Ball im Nacken zu halten, dann Liegestütz zu machen, dann den Ball hochwerfen mit dem Nacken zu fangen. Das bestimmt 50 mal, 100 mal, 200 mal ausprobiert und am Ende sogar noch den Ball in den Nacken, dass der Ball zurückrollt und einen Handstand zu machen, was er auch geschafft hat in unserer Teamcombo. Das zeigt einfach, was Freestyle bedeutet. Das heißt einfach üben, 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 bis man einen ersten Erfolg hat, den ersten Trick schafft, das motiviert dann einen weiterzumachen und so gibt es ganz viele verschiedene Tricks, die man so auf diese Art und Weise dann natürlich erlernen kann. Jetzt trainiere ich noch ein bisschen. Bis zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020